Nein! Was soll das? Da ist eine riesen Überraschung drinne für dich! Oh mein Gott! Yo Leute! Und willkommen zu einem neuen Video! Also du... Adi! Ja Freunde, wir sind hier gerade in der Stadt und ich habe gesehen, seit wie lange sind meine beiden Freunde Tybio Blackjack mal wieder online, Freunde! Let's go! Ich würde sagen, wir gehen gleich zu den Händen! So, zack! Und ich hoffe, die sind hier irgendwo! So, ich guck mal! Blackjack! Blackjack! Yo, was geht? Yo, es geht! Du hast hier aber noch Tierrüstung, Junge! Ja, ich wollte mir jetzt eigentlich hier gerade die Tierrüstung kaufen, aber irgendwie sind hier keine Truhen mehr! Junge, wir sind alle schon auf Netherite! Ja, scheiß auf Netherite! Blackjack, aber das hat es da jetzt! Sag ich dir ganz ehrlich, Junge! Ey, was? Eitie, für dich reicht es auch so noch! Ey, Tümmi, Junge! Was geht ab? Wollt ihr ein bisschen Fleisch haben? Bestes Metzgerfleisch! Junge, das ist vergammelt! Ey, Eitie! Hast du eigentlich noch Netherite-Zeug übrig, oder muss ich mir das selber farmen? Bro, ich guck mal ganz kurz nach! Warte mal! Ja, guck mal! Oh, hier ist noch ein bisschen... Also, die Aufwertung habe ich auf jeden Fall hier! Ah! Kannst du dir kopieren, aber ich... Also, Netherite an sich habe ich nicht mehr! Ja, egal, Netherite ist schnell gefarmt! Achso, Eitie, mir ist da was aufgefallen! Du hast mir gar keine Axt gegeben! Ja, mir auch nicht! Hä? Okay, warte mal, eine Axt ist hier! Hä? Ja? Und, ey! Ich muss mal ganz kurz nachgucken! Das ist aber nur mit Haltbarkeit! Ja, ich habe keine Axt, Junge! Was, mit Effizient und so? Alles nicht mehr da, Bro! Der Eitie hat uns abgezockt, der hat die ganzen Bücher behalten! Junge, ich habe euch alles gegeben! Ich habe euch alles gegeben! Ich habe euch die Zett gegeben! Ich habe euch die Diamanten für die Insel bekommen! Achso! Eitie, ich habe nochmal eine Frage! Was genau ist das? Ich habe das hier abgesperrte Namen der Bogenbill! Ja, aber warum? Junge, das ist Blaze Haus und du weißt, Blaze, der macht nur Ärger! Ja, Blaze ist halt Blaze, ne? Ja, und ganz ehrlich, Leute! Wir müssen uns irgendwie mal an Blaze rächen, oder? Hä? Boah, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei! Ja, bin ich auch dabei! Ja, Junge, der hat Max-Hintergang! Überleg dir das mal! Wie, der hat Max-Hintergang? Oh, nee, Sitashi ist beigetreten! Nicht der schon wieder! Nee, der hat Max verraten! Blaze hat einfach Max verraten! Und der Bürgermeister wurde eingesperrt wegen Blaze! Checkst du das? Alter! Ey, check dir das! Krass! Ey, wieso ist hier alles leer? Ja, aber jemand klaut! Irgendwer mopsig das die ganze Zeit ist es safe, Blaze, Freunde! Ja, ich glaube auch, ich habe sogar Blaze gesehen, wie er hier war und so... Alter, ja, okay, wir müssen uns was überlegen gegen Blaze! ID, hast du schon eine Idee? Junge, ich wäre doch nicht ID von ID-Stein, wenn ich nicht schon eine Idee hätte, Freunde! Was für ein ID-Stein? Hey, chill! Auf ID anzugreifen! Kommt mit, Jungs! Ich zeige euch mal, was ich vorbereitet habe! Okay, was hast du vorbereitet? Und zwar da hinten ist was Neues, ich zeig's euch mal! Ich zeig's auch, Russ! Nein, 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 nein! Bei unserer alten Stadt, oder was? Bei unserer alten Stadt, oder was? Wen gehört die jetzt eigentlich momentan? Mia! Nein, die gehört ein Crimex! Also das ist Timmy Town! Ja, das ist Timmy Town! Timmy Town, lebe nicht, Junge! So, woher sind wir? So, wo sind die denn? Äh, die sind schon vorgerannt, oder was? Ah, da hinten sind sie, da hinten sind sie! Leute, hier, chill! Black Jack! Hallo, Black Jack! Hä, wo sind die denn? Ah, da hinten kommt Timmy! Timmy, hier! Ja, Junge, was machst du denn da? Guckst ja an! Guckt euch die Statue an, Leute! Warum ist da ein Crimex-Kopf da unten? Ja, da frage ich mich auch, bist du eigentlich krank? Nein, da war vorher ein Entekopf, aber Ente hat's zum Crimex-Kopf geändert, damit ich Ärger kriege! Ah, okay, und was ist daran jetzt der tolle Plan? Passt auf, Leute! Eini hat etwas vorbereitet, und zwar hab ich eine ganze Redstone-Schaltung von hier unten bis in den Kopf von ein Crimex gemacht! Okay! Ja! So, hab die Erde, um's wieder zuzumachen, Moment! Äh, ja, ich hab noch einen Erde-Block! Sehr gut, setz ihn mal! Und zwar könnten wir doch eine TNT-Schaltung machen, dass der ganze Kopf voll mit TNT-Meilenkatz und so ist, und wir ändern den Kopf zu Blaze ab, und werden Blaze dann auf den Server locken und das hochspringen, wenn er sich aufregt! Ja, das heißt aber, er muss ja in diesen Kopf rein! Nein, er wird safe versuchen, den Kopf abzubauen oder so! Richtig! Ja, aber wie soll Blaze denn dabei draufgehen, wenn der, äh, dort ist, komm mal mit, IT, komm mal mit! Ja, okay, erzähl! Was ist das Problem, Blackjack? Was ist das Problem? So, also pass auf, der fängt doch an, ich sag mal, abzubauen, so, hier, er fängt an abzubauen! Ja! Ja, und wenn jetzt hier doch TNT ist, dann sieht man das doch schon! Nein, wir machen hier auf der Höhe doch eine doppelte Schicht, Junge! Ja, und wie soll er aber, aber okay, dann macht er ein bisschen was hier weg, aber dann, dann, sobald er hier drin ist, wird er nach oben rauskatapultiert! Der geht doch gar nicht hier rein, der muss ja nur drangehen, Junge! Wir machen TNT-Meilenkatz, die in alle Richtungen schießen! Ja, genau, und, und dann, ja, genau das ist das Problem! Dann haut Blaze einfach durch die Druckwelle aus dem Ding raus und nichts passiert! Ja! Junge, ihr checkt das nicht, das ist ein Plan, da kann nichts passieren! Aha, okay! Ja, das ist ja das Problem, dass nichts passiert! Ja, das passiert nicht! Ja, das passiert uns nichts, Junge, aber Blaze, der will draufgehen! Ja, aber, hä, wie, wie willst du das denn umsetzen? Junge, ich zeig's dir! Wir machen hier so, wir verbinden das hier mal mit so, warte mal, mit so Schienen, hab ich so Schienen? Ey, ich muss mal ganz kurz was craften, Freunde! Guck mal, ich hab hier ein TNT, ich hab hier ein TNT, oder ich hab hier auch mehr TNT! Ja! Jetzt setzen wir das mal hier hin! Boah, übertreib's nicht! So! Kannst du mir Holz geben, Bro, IT? Ja, hier! So, pass auf, jetzt stell ich mich da hin, zünd das an! Und ich wette, mich haut's einfach nur nach hinten weg! Hallo, geh mal Holz! Nein! Blech, dass klappt, vertraut mir, wir transportieren, TNT-Minecodes! Ja, aber durch die Druckwelle fliegt er doch trotzdem, äh, ich erinnere dich mal an Helden! So! Was ist denn bei Helden damals passiert? Richtig, die ganzen Leute hat's aus der Burg rausgehauen! Ja, aber wir spielen doch auf Schwierigkeitsgrad hart! Echt? Ach, deswegen sterb ich die ganze Zeit! Ja, aber stirbt hier durch den Creeper schon, Junge! Ein TNT haut dich weg! Ja, aber doch nicht, wenn du ein Totem hast und so! Doch, 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 doch! Vertraut mir, Leute! Das ist eine bombensichere Idee! Hey, pass auf, Blackjack, wir machen hier TNT-Minecodes und jetzt kommt mit! Wir werden den Kopf erstmal zum Bläsum enden! Ah, hast du schon alles! Und hier habe ich die Kiste vorbereitet! Ey, Tümmi, Junge, hör auf! Wir machen das jetzt mal und dann, ja, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns später gucken, ob das Ganze überhaupt funktioniert! Safe! Okay, das funktioniert safe, Leute! Leute! Huf, Freude! Oh, echt krass! Und, ähm, Eiti, lass nochmal ganz kurz darunter, auch wenn ich da echt ungern runter will, aber... Ey, hör auf, hör auf, mich zu schieben! Tümmi, hör auf, Tümmi, hör auf, zu schieben, wirklich! Und zwar hier ein bisschen normales TNT, hier die TNT-Minecodes, die dann, ja, aktiviert werden von einem Schalter ganz da drüben. Und, ja, also, da sind wirklich mehr als genug und mehr als ein Stack an TNT drin, Freunde! Junge, das sind über 100! Und überleg mal, Junge, im Kopf... Ey, sag mal, bist du irgendwie Gärtner gewonnen, Tümmi? Der Kopf ist auch noch Tümmi! Der macht hier überall Flammbäume hin! Genau! Und im Kopf haben wir auch noch TNT reingemacht, mit natürlich einer Zwischenschicht Obsidian! Junge, lass die Bäume, Junge! Wenn Blaze nach oben nicht rauskatapultiert wird! Der muss doch hier reingehen! Okay, Freunde, wir müssen jetzt Blaze holen! Der ist auf Discord, ist er auf jeden Fall, aber nicht auf der Insel selber! Also, wir gehen jetzt mal schnell auf Discord und überreden ihn jetzt, dass er hierher kommt! Bis gleich, Freunde! Bis gleich! Bis gleich, Freunde! Oh, Blackjack, guck mal, wer auf dem Server ist! Blaze! Ja, Timmy! Achso, Blaze! Ja, Blaze ist inzwischen da, Freunde! Wir haben Blaze geschafft! Nix! Wir haben es inzwischen geschafft, Blaze auf den Server zu holen! Wuhuuu! Ja! Ich würde mal sagen, der müsste eigentlich irgendwo... Warte mal! Wo bist du, Blaze? Bro, der ist safe bei dieser Powerbagger City da drüben! Safe! Ey, lass finden, Leute! Ihr geht da schon mal hin und ich warte hier! Ja, okay, safe! Okay! Blackjack, geht's vor! Ja, warte! Ja, ich komme schon, ich komme schon! Der ist safe bei Powerbagger City! Lass mit dem Dreizeit gleich hin! Oh, Leute, ich bin gespannt, ob wir ihn kriegen! So, irgendwo müsste es sein, Freund! Ich... Irgendwo müsste er sein! Eiti, wo bist du? Hier! Wo bist du, Blackjack? Hier! Hey, guck mal, hinten ist er! Ah! Ja, Blaze hat es aus! Jo, was geht, was geht? Was geht? Hey, Blaze! Hey, Blaze, wo sind deine Sachen? Ja, Bro, habe ich nicht! Wurde mir alles abgenommen! Habe ich immer noch nicht wiederbekommen! Als ob dir alles abgenommen wurde, Junge! Ja, ja! Wir haben eine Überraschung für dich, die sich gewaschen hat, Blaze! Blaze! Echt? Eine Überraschung? Ja! Ja, die hat etwas cooles vorbereitet für dich! Junge, ist es übel, Chris, komm mit, Blaze! Hast du ein Boot oder so zufällig? Nee, Bro, ich habe gar nichts, wie gesagt! Ähm... Das musst du mir geben! Bro, wir machen hier ein Boot und wir nehmen dich ein Boot mit, Blaze! Ja, nimm mich ein Boot mit! So, let's go, Freunde! Oh, Blackjack, der wird sich übel freuen, oder? Ja, safe! So, let's go! So, hier, Blaze, ich habe ein Boot gemacht, zack! Hä? So, dann steig mal ein, Junge! Wir müssen noch raus aus dem Polen, der Gasteläu! Wohin muss ich denn fahren? Äh, drüben zur anderen Stadt! Ja, komm mit! Zu dem Gewerbegebiet, oder was? Genau! Okay, 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 okay! Da haben wir eine krasse Überraschung für dich, Blaze! Okay, ich fahre jetzt ein Boot! Steig ins Boot ein! So, einmal hier links unter der Brücke durch! Ah, links unter der Brücke, okay! Ja, du wirst dich übel freuen, Junge! Ich bin gespannt, ich guck, ich guck, ich guck, guck! Die Überraschung kann ich jetzt auf jeden Fall gebrauchen, weil es gibt momentan nicht viele Überraschungen! Wir haben uns wirklich nicht lumpen lassen, Blaze! Hier! Siehst du schon? Es ist jetzt... Hä? Blaze, es ist eine große Überraschung! Es ist jetzt dein und... Komm mal hier, steig mal hier hoch! Mein Kopf! Absteigen, Blaze, hier hoch! Junge, meinst du das jetzt ernst? Blaze, es ist doch zu krass, oder? Sag mal ehrlich! Junge, meinst du das jetzt ernst, IT? Ja, guck's dir an! Hä, wie, was soll das, Junge? Junge, was soll das denn? Hey! Was soll das? Wir hatten einen Clan gehabt früher! Gab, Blaze! Warum bist du so respektlos? Hä? Ich bin doch nicht respektlos, Junge! Was bist du so respektlos? Was soll das? Blaze, was soll das? Junge! Blaze! Ich finde es uns nicht gut! Pass auf, Blaze! Ich habe fast gelacht! Nein, ähm, pass auf! In dem Kopf ist tatsächlich noch eine Überraschung für dich drin! Das sollte so nur ein bisschen Spaß sein! Ja! Ja, wenn ich das schon sehe, will ich die Überraschung gar nicht sehen! Doch, Junge! Die Überraschung ist cool! Ist wirklich was Cooles! Ja, wenn ein dich schon so lacht! Ich lache doch gar nicht! Dann weiß ich schon, was die Überraschung ist! Okay, was soll das? Da ist eine riesen Überraschung drinne für dich! Ja, was soll das denn sein? Bro, es ist eine Statue einfach nur! Hier ist eine Spitzhacke, Blaze! Geh mal rein in die gute Statue! Ja, komm, gib ihm doch keine Holz hier! Nimm die wenigstens! Ich kriege sogar eine Holzspitzhacke! Also, Blaze, wirklich! Blaze, überhaupt nicht, Junge! Ey, auf mich zu hauen! In meinem Kopf drin ist eine große Überraschung, Blaze! Ja, jetzt hat er einen Tee drin, oder was? Nein, ich komme mit rüber! Ich komme mit rüber! Bro, das ist total sicher, Blaze! Junge, das wird so heftig werden! Das wird Blaze untergang sein! Blackjack, sollen wir? Sollen wir? Ich glaube, das ist das Zeichen, oder? Blackjack, sollen wir? Sollen wir? Nee! Kommst du rein? Hast du die Kiste gefunden? Ihr habt doch gesagt, ich komme mit! Ich komme mit! Ja, dann bau du das auf! Bau du das auf! Ja, ich bin fast tot! Du kannst mir kurz deine Spitzhacke geben! Du kannst mir kurz deine Spitzhacke geben! Dann leuchte ich das auf! Okay, weil ich habe weniger! Bro, das ist so krass! Der wird sich so freuen! Warte, ich gehe kurz rüber! Okay! Ich bin da! Warte! Ich bin hier! Ich komme! Das war die Rache für ein Cry-Mix! Oh mein Gott! Sogar Blackjack ist draufgegangen! No way! Ja, Mann! Ich habe jetzt nicht nur eine Sache holen! Let's go, Bro! Wo ist mein Kopf? Jo, Timmy hat deinen Kopf aufgerommen! Oh, nö! Timmy, gib mir meinen Kopf wieder! Alter, checkt ihr eigentlich, was gerade passiert ist! Junge, die ganze... Wo ist Timmy? Timmy ist nach hinten gerannt, Junge! Als ob! Alter, wieso hat er mich erwischt? Keine Ahnung, die Explosion war so heftig, Junge! Dass einfach alle in die Luft geflogen sind! Timmy, wo bist du denn? Ey, dann hat einfach dein Lut geklappt, Blackjack! Hey, checkst du das? Das einzige Gute, was ich da drin gehabt habe, war die Schmiedevorlage! Ah, da ist er! Timmy, Junge! Jo, was geht ab, Alter? Gib mir mal mein Zeug wieder! Ich hab dich da hingelegt! Ich hab dich gerade da hingelegt, Bro! Alter, checkt ihr eigentlich, was hier gerade passiert ist! Bro! Bro! Also, von dem Berg ist auf jeden Fall gut was... Also, es war gar nicht so krass! Bro, was war das für ein Kack? Wie gesagt, der Play ist nur so Müllsachen dabei! Ja, keine Ahnung, das war echt ein bisschen fail, ey! Ich hab mir mal meine Sachen jetzt! Ich hab die, ich hab die hingetan! Ich dachte, wir kriegen jetzt... Kill den mal! Ich dachte, wir kriegen jetzt voll Netherite! Aldi, kill den! Ja, ich mach schon! Aldi! Bro, ich hab den getroffen! Ja, einmal! Okay, und tschüss, Leute! No way! Jo, als ob der einfach deine Sachen geklaut hat, Blackjack! Warte an der Stelle, wo er sich ausgelockt hat! Jo, hat er nicht gemacht! Wo hat er sich ausgelockt? Irgendwo hier mehr! Irgendwo hier mehr! Ich weiß es nicht! Ich hab's auf Aufnahme! Der lockt sich gleich wieder ein, danach musst du ihn platt machen! Der hat mein Dreizack! Boah, ich sag dir, wie's ist, Junge! Aber das wird Blaze! War zu krass! Wäre cooler gewesen, wenn er irgendwelche Sachen dabei gehabt hätte! Ja, aber er hatte an sich nichts dabei, Junge! Oha! Ich dachte, wir kriegen jetzt voll Netherite hier und so! Aber ich muss eins sagen! Ich glaub, IT, lass mal ne richtige Falle noch krasser vorbereiten für Blaze, wenn er wirklich seine Full-Sachen hat! Ja, safe! Und dann locken wir ihn da rein und dann guckt ihr mal an, was mit der Start-up passiert ist! Oha! Naja, IT ist noch zu erkennen! Ja, das hätte nicht sein müssen! Obwohl, das waren ja schon 100 TNT, mein Kratzer auf Blackjack! Und ich fand trotzdem, es war schon mal ne krasse Falle, sag ich dir ehrlich! Ja, also ich sag mal, ich war ja unterhalb vom Berg gestanden und mich hat's einfach weg eliminiert! Ja, und du hast gesagt, man stirbt nicht an dem TNT! Hä, safe! Ja, wir haben ja jetzt mehr rein, du wolltest ja deutlich, IT wollte ja nur irgendwie 25 Stück machen, wir haben jetzt weit über 100 da rein gepackt! Ja, safe! Und das nächste Mal, Freunde, machen wir 1000 TNT rein! Das wird die nächste Falle, IT, wo wir machen, die wird übelst krass! Ich hab auch schon einige Ideen, Blackjack! Und auch Zuschauer, wir machen ne krasse Falle! Ich werd mich auf jeden Fall mal an die Eisenfarm stellen, damit wir richtig viel Eisen haben! Safe für TNT, mein Kratzer! Blackjack, das war ein klasse Talk! Und weißt du was? Ja! Ich würd sagen, das war's für... Da ist er! Mach ihn platt! Mach ihn platt jetzt! Hier hat er sich ausgelockt! IT, gib mir mal bitte einen Bogen! Ja, ich hab nur den einen! Oder warte mal! Ja, den kriegst du wieder! Den kriegst du gleich wieder! Ich will mir nur mein Zeug holen, dann kriegst du's wieder! Ja, als ob du das tusten! Egal! Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da! Wir sehen uns! Tschüss! Tschüss!